Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du kommst nicht an Jesus, den König vorbar. Ob jetzt oder später, wann immer es sei. Ob in diesem Leben oder einst im Gereen. Wie du dich aufwendest, vorbeikommst du nicht. Der Herr steht auch vor deiner Tür und will hinein. Er wartet schon so lang auf dich, um kein Länder zu sein. Denn Jesus wird bald wiederkommen, in großer Macht. Und seine Engel folgen ihm, in herrlicher Macht. Du kommst nicht an Jesus, dem König vorbei. Auch wenn du gestorben bist, das ist einer Leid. Du stehst wieder auf, weil die Bibel so spricht. Du kommst nicht drum hin, vorbeikommst du nicht. Denn Jesus wird dein Richter sein. Lehnst du ihn an. Verspielst du seine Liebestand, dass sein Leben ergab. Glaub nicht, dass du vor Gott bestehst. So wie du bist. So wie du bist. Wenn du den Weg der Sünde gehst, meinst du, dass du bestehst. Dass du bestehst. Du kommst nicht an Jesus, dem König vorbei. Jetzt bietet er Leben. Jetzt macht er noch frei. Morgen vielleicht schon, da kenn er dich nicht. Drum komm doch noch heute. Vorbeikommst du nicht. Verspielst du nicht. Vertraue dich völlig Jesus an. Lass dich berühren. Lass dich berühren. Dann ist der Himmel aufgetan. Und der Herr wird dich fühlen. Denn Jesus wird bald wieder vor, weißt du, dass du bestehst.